Guten Tag, ich bin Kommandante Ding Dong Dani von der KKK, Corona-Kampfgruppe. Wieder die Koronisation der Welt. Wir machen viel. Wir kämpfen hart, damit das Virus nicht in mein Handy kommen kann. Der Muckafuck da. Scheiß Muckafuck, Krios da. Und wir machen viel. Aber wir kämpfen nicht nur, sondern wir geben auch Ratschläge. Voll cool. Zum Beispiel, es gibt keine Masken mehr. Kannst du überall hingehen, findest du keine Maske, ne? Kannst du nicht mehr kaufen. Aber wir haben was für euch. Ich bin Kommandante Ding Dong Dani und ich sag euch, wie ihr eine Maske machen könnt. Guck mal hier. Das ist mein voll cooler Hut, ne? Den kannst du auch haben. Kannst du kaufen. Dann ziehst du den über Auge, Ohre und Nase und machst so. Und du musst den Mund auch bedecken. So, voll cool, ne? Und schon hast du eine Maske. Voila. Und wenn du eine Maske hast, aber rauchen und essen und trinken willst, dann machst du einfach ein Loch. Voll cool, ne? Und wenn du das Loch da machst, dann kannst du ganz viel rauchen. Aber das muss ja nicht sein. So unter uns, rauchen muss man ja nicht, ne? Aber essen muss man manchmal und trinken auch manchmal. Also, wir sind nämlich voll cool von der KKK-Corona-Kampfgruppe. Und wir machen jetzt auch Hinweise an die Bevölkerung, damit die sich sicher fühlen können, ne? Wir sind nämlich nicht nur im Wald und auf der Straße unterwegs, sondern auch im Internet. Und wenn das Virus in das Internet kommt, dann können wir das nicht mehr machen. Also machen wir jetzt Ratschläge. Also, passt auf euch auf, kommt gut nach Hause und bis bald.